nein ich quäle menschen und ich finde es gut eine glassherbe für diese würmer wirklich lustig ich habe sehr lange gebraucht bis ich es gemerkt habe es ist ja auch komplett also die würmer könnten halt auch einfach random irgendwas von dem boden sein also warum deuten würmer an das irgendwas unter dem boden ist es ist ja nicht unter dem boden ist ja im boden also unter der bodendecke man kennt die bürgenden solche zu schichten modellen im lehrbuch boden bodendecke ja es ist richtig auch milch bekommen wir übrigens von unserer ziege so von dir ja genau von mir ich bin ja die ziege vom dienst und dann ne entschuldigung alles mal jetzt nicht noch mal sorry aber nein man muss halt auch einfach manchmal zu seiner überzeugung bestehen genau deswegen finde ich das gut dass du das so gemacht hast und keine lust drauf hast und dann sagt man bis hierhin und nicht weiter genauso ich meine ich bin jetzt auch nicht dafür da hier die fledermauspopulation in der gegend zu regulieren so es geht alles auch auf meine geistige gesundheit ja ich habe auch keinen spaß daran in der hülle wo ich nichts sehe gegen 50 fledermäuse zu kämpfen genau gibt mir auch nichts das gibt keinem was jetzt könnt ihr den spiderman kuss machen flog ja hallo ich bin anne magst du mich es will keiner mehr einziehen was kann ich drücken um das zu untermauern oder wie wäre es mit oder ist auch nicht schlecht sechs ein halb stunden später das trifft wirklich zu deshalb noch bei ikea der eine letzte der hat die möbel noch nicht zusammen ist deswegen noch nicht eingezogen ich muss schon wieder leiden unter florian ich sag's euch kann hier nicht mal stadio velli genießen nein ich quäle menschen und ich finde es gut ich habe das gemüse verwechselt ich habe gedacht es sind blumenkohle es waren aber parsnips heilige mutter maria es ist wirklich ich kenne meinen fehler an ich gehe in asche lauf durch die stadt mit diesem schande über dich schande über deine kuh ich werde darauf achten ob ich mal eine werbung kriege von einem obsthändler ich glaube es nicht ich glaube dafür verkehre ich den falschen nicht in den richtigen kreisen nicht in den falschen sondern nur nicht in den richtigen nicht in den falschen aber auch nicht in den richtigen ich wollte nicht damit sagen nee eigentlich wenn ich sage nee also nicht sagen lass mich doch ich krieg tausend schaden wie gesagt ich mag das deck nicht okay ich muss zugeben ich war auch wirklich greedy jetzt ist er traurig du hast sie zum weinen gebracht ich habe die zweite okay was soll ich tun ich kann nicht gucken und ich habe nichts weiter zu sagen dann kann alle dann kann alle noch einmal konfetti abschluss anno konfetti time to say goodbye das müsste aber so es 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017